Musik Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Crysis nach sehr, sehr langer Zeit. Auch hier nun mit hoffentlich besserer Soundqualität und ohne Rauschen und klarer Stimme. Ich habe jetzt mal den Spielstand geladen, den letzten, aber dieses Menü hier aufrufen, weil wir wirklich mitten im Getummel sind. Und ich glaube, das wird schwer und wahrscheinlich werde ich auch direkt wieder sterben. Aber schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. So sieht es hier nämlich aus. Nicht schön, aber selten. Oh ja, es geht sehr gut los. Ich habe gerade vergessen, wie man dieses Menü öffnet. Ich habe es gerade ernsthaft vergessen. Achso. Da kann ich mich ja hier mal ein bisschen tarnen und eine Granate dahin werfen und hoffen, dass es was bringt. Oje, oje, ich habe... Also ich muss mich entschuldigen, ich habe gerade alles vergessen in dem Spiel. Das ist auch nicht gut, dass es jetzt hier so hektisch anfängt. Ja. Das habe ich mir ja schon fast gedacht. Ich glaube, das Spiel ist auch immer noch viel zu laut. Ist jetzt gerade ungünstig, aber... Ja. Ich muss mal gucken. Ich habe es zwar schon leiser gemacht, aber irgendwie... Das gefällt mir ja alles noch nicht ganz. Achso, ja, man sollte vielleicht auch auf Übernehmen klicken, dann könnte es auch was werden. So, naja, der muss ja nicht ganz so leise. Zack. Und dann versuchen wir es mal so. Achso, ähm... Zack. Ich habe auch gerade die falsche Waffe. Naja, was heißt die falsche Waffe, aber... Ich liebe halt die Rotflinte so sehr. Oh, nur noch zwei Schuss. Ja, okay, dann lassen wir das doch lieber. Kann ich hier eigentlich nochmal ran zoomen? Achso. Ich komme irgendwie mit anderen Waffen nicht so gut, glaube ich, das Gefühl. Noch mal eine Granate ermerken. Erstmal wieder an alles gewöhnen. So, ich denke mal, es macht Sinn, hier ein bisschen vorzustoßen. Ja, ja, macht ihr mal. Ähm, so. Hey, jetzt sehen sie mich nämlich gerade nicht. Aber der hat sich auch gerade versteckt. Scheiße. Oh. Ah, was macht der denn da? Ja. Los. Gebt mir doch. Gebt mir doch. Gebt mir doch. Schrotflittenmoni, Dankeschön. Ja, kämpfe wie ein Mann. Ich bin aber eine Frau, ich kämpfe anders. Wie man vielleicht schon gemerkt hat in den Quaiserspielen. Bäm. Und. Bäm. Oder auch nicht Bäm. So, das war vielleicht gar nicht mal so schlecht. Haben die was Schönes für mich? Ja, der schon mal ja. Der hier. Nein. Ich will nichts austauschen. Oh. Hier ist eine richtige Straße. Uh. So, hier stehe ich gerade relativ sicher. Ich speicher mal. Und dann gucke ich erst mal. Ne, ich gucke erst mal nicht. Ich lade hier mal nach. So. Und dann gucke ich mal, was überhaupt unsere Aufgabe ist. Ich habe es nämlich natürlich vergessen, weil es so lange her ist. Und hier sind ganz schön viele Pfeile. Das ist nicht gut. US-Truppen haben mit dem Angriff auf einem, äh, auf einen Hafen der KVA begonnen. Unterstützen Sie die US-Truppen und stoßen Sie anschließend zur Mine vor, um die Geisen zu befreien. Hm, klingt übel. Melden Sie sich bei Lieutenant Bradley. Zerstören Sie die Flugabwehrgeschütze. Sichern Sie den Luftraum für unsere Bomber. Neutralisieren Sie die feindliche Flugabwehr. Also sonst haben Sie keine weiteren Probleme, oder? Warum muss ich so viele Aufgaben machen? Das ist doch unfair. Lebst du noch? Wieso hängt denn hier einer rum? Hey, aufwachen. Hallo. Hier sind so viele Leichen. Sind jetzt aber nicht alles meine Leute, oder? Nee. Ich brauche Muni. Oh oh. Oh oh. La la la. Hühner! Oh haha. So, hier war doch irgendwo ein Gegner. Wo ist er hin? Oh, die Geräusche. Ja, ja. Dieses Spiel macht einen schon ein bisschen nervös. Ich glaube, das liegt eigentlich nur an der Musik die ganze Zeit. Komm, Hohn. Versteck dich da drin. Ah. Und wieder ein Huhn mehr auf dem Gewissen. Ist hier noch irgendwo was Schönes für mich? Der sieht auch nicht mehr so gesund aus. Ja. Den nehmen wir uns mit. Ja, entspannt euch mal. Ich muss hier erstmal alles einstecken, was geht. So, da ist die Muni voll. Sehr schön. Kann ich das auch nehmen? So, das... Bitteschön. Bringt nichts. Oh. Nein. Kein Oh. Wieso wackelt der Schrank hier so rum? Kann ich den auch nehmen? Das ist doch krank, Leute. Ich passe sogar mit Schrank hier durch. Uhaha. Gut. Ähm. Ich würde vorschlagen. Ich speichere nochmal. Und wir nehmen dieses tolle Auto hier. Weil wir müssen ja bestimmt... Ja, schon kommt da irgendwie so ein Flugzeug über uns hinweg. Da hinten ist es. Wir müssen bestimmt irgendwie da oben lang oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe gerade ein bisschen den Überblick verloren. Und das Auto ist natürlich scheiße, weil man kann damit nicht schießen. Aber egal. Man kommt schneller vorwärts. So, was haben wir denn hier? Los, stopp. Ich will hier wieder raus. Aha, 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 aha. Hm. Das bringt uns, glaube ich, überhaupt nichts hier. Nee, also, nee. Irgendwie war das jetzt schon die falsche Richtung. Ich muss erst mal wieder hier mit der Steuerung klarkommen. Ich muss doch da hinten so lang. Na komm. Juppie. Da war es hier so schön ruhig gerade. Aber es nützt ja nur nichts. Bam. Oh, 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 oh. Nein. Ach, na ja. Ein Prozent Schaden. Das kann man noch verkraften. Ah. Qual. So. Und weiter geht's. Und die Musik wird aggressiver. Yeah. Oh, oh. Oh, oh. Einfach ignorieren. Konsequent ignorieren. Was? Ist mir alles zu schnell? Ja. Scheiße. Er wollte gerade mit uns reden. Aber wir haben es natürlich verkackt. Ähm. Ja gut, wenn wir eh gerade hier sind. Äh. Dann fahren wir jetzt natürlich einfach mal nicht weiter. Wer war das? Zeig dich, du Fiesling. Hm. Dann nicht. Wir sind ja auch so schnell. Ah, ich wollte nicht die Waffe wechseln. So. Hui. So, mal gucken, ob es was bringt, hier lang zu gehen. Ich hab nämlich auch keine Lust, von dem Auto gleich angeschossen zu werden. Ach du Scheiße. Ich muss ja erst mal gucken, wie... Ach so, kann ich das auch einsetzen? Hm. Äh, ich wollte eigentlich... Nein. Obwohl... Nee. Ich hab vergessen, wie man das Fernrohr aktivieren kann. Ach, Scheiße. Äh. Ah. Okay. Die ganze Qual für eine Boje. Oh. 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 Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das Spiel ist so unfair. Es sind einfach wirklich ernsthaft zu viele Gegner hier. Wer soll denn das schaffen? Ich weiß nicht, was ich hier gerade tue. Es ist... vollkommen unnötig eigentlich. Die jetzt hier umzubringen. Obwohl, andererseits... Jetzt können wir dieses Auto hier nehmen. Oh je. Oh je. Fängt ja wieder gut an. So. Komme ich da überhaupt lang? Das macht einen ja alles nervös hier. Aber ich glaube, es ist der richtige Weg soweit. Oh. Aber das Auto hat 96% Schaden. Das ist nicht gut. Ich werde mich, wenn ich eine gute Position gefunden habe. Sehr gutes Spiel gespeichert. Ey. Du darfst nicht wieder aufstehen. Ja. Nicht schlecht. Mann. Wer nervt denn hier die ganze Zeit rum? Ach. Mann. Oh. Ich hab... Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr, sehr, sehr schlecht. So. In den Nacken. Ja. Das auch. Aber ich wollte eigentlich die nehmen. Jetzt wartet doch erstmal. Ich... Ich... Ich bin doch noch gar nicht so weit. Hab ich den jetzt echt getroffen? Stirb. Und stirb doch. Schnell. Okay. Ähm. Sieht soweit safe aus. Mal nachladen. Wir haben wieder nicht viel Money. Das ist nicht gut. Oh je, oh je. Aber ich glaube, ich muss da leider weiter lang. Das ist sehr schade, dass dieses Tarnfeld immer nicht so lange hält. Ist ja besser, wenn es ein bisschen länger halten würde. Was haben wir hier? Auf jeden Fall schon mal ein Gegner. Scheiße. Boah. Das hab ich jetzt nicht geahnt. Schnell weg hier. Ach, natürlich. Wo man auch hingeht. Gegner. Was? Oh. Also ich sollte wirklich ernsthaft überlegen, Zählwasser zu trinken. Wo ist mein Charakter auch so langsam gerade? Ich will hier nichts austauschen. Nein. Uah. Ey, wie viele sind denn das? Hier, lebt mit der Granate. Scheiße. Nein. Ähm. Hallo? Das war gar keine Granate. Das ist die Granate. Bäm. War das jetzt erfolgreich? Absolut. Was ist passiert? Was ist verdammt nochmal passiert? Och, nö. Ich hab nichts mitbekommen. Hm. Sehr seltsam. Tja, Leute. Es tut mir leid. Ich, äh, ja. Weiß auch nicht, was da jetzt schief ging, ehrlich gesagt. So. Ja, ich weiß, da war gerade auch noch einer. Nein, ich wollte gar nicht nachladen. Aber eigentlich ist es auch eh besser. Ich habe jetzt zwei mit einem Schuss gekillt. Nee, aber jetzt. Bleib doch hier. Yeah, auch sehr schön. Okay. Dü, 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 dü. Alles klar. Soweit alles... Die sehen ja komisch aus. Ach, das sind leere Wasserflaschen. Soweit alles safe hier gerade. Aber nee, gleich explodiert der Scheiß hier wieder. Ich habe Angst. Alter, was geht schief? Was? Oh, es ist doch nicht wahr. Okay, ich bin so gut wie tot. Sie müssen die Artillerie-Geschütze erledigen, damit wir Luftangriffe fliegen können. Ich muss erst mal speichern, bevor ich hier irgendetwas anderes tue. Ähm. Und es ist auch gerade ein guter Zeitpunkt, um die Aufnahmen zu beenden, bevor noch irgendwas Schlimmes passiert. Bis dann!